Ich werde jetzt sehen, es wird gar nicht mehr so lange gehen und es gibt kein Bargeld mehr. Natürlich, dann macht es ganz sachte. Sagt man nur noch so viel abnehmen auf einmal, dann nur noch so viel, dann vielleicht nur noch 100 Franken und zuletzt ist gar nichts mehr da. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr größere Beträge auf der Bank habt, ob ihr die noch auf der Bank lassen wollt. Ja, das wäre jetzt auch eine Sache, wenn es plötzlich, wenige haben, kennen Sie das, aber wenn Sie das zumindest einmal die Hälfte vom Volk, würde das Geld von der Bank abziehen, dann würde man darauf reagieren. Sie sind ja jetzt schon pleite. Leider kann der Rothschild, hat er das Monopole, kann immer wieder Geld gedrucken. Aber nur bis Amerika eine Schuldigkeit getan hat, wo sie möchten, dann wird auch Amerika pleite sein, was sie eigentlich schon ist. Und das Volk, mein Gott, wie hat man das Volk dumm gemacht? Und mein Gott, warum hat die Kirche nicht gesprochen? Was spricht denn heute der Papst? Barmherzigkeit allen. hat er vergessen, dass da Moslemen sind und die Moslemen, die gebären Kinder und Kinder und Kinder. Und da sind wieder Moslemen und die Christen, die wenigen, die keine Kinder mehr wollen, die sterben aus? Müsste nicht da der Papst zum allgewaltigen Gebet aufrufen? Heute müsste er zum Gebet aufrufen. Barmherzigkeit muss er nicht aufrufen, das sollte man doch sein. Barmherzig kann jeder sein, selbst der Heide. Aber zum Gebet, das Gebet ist immer noch eine unglaubliche Waffe. Sofern es richtig gebetet wird und nicht einfach geplattet wird, wie ich es oft am Walfahrtsorten sehe. Vater, unser Wischem immer geheiligt werde dein Name. Nein. Beten heißt Sprecher mit Gott. Dann überleg mal, wenn du mal von mir aus den Rosen kannst und irgendwas betest, dann überleg mal, ob du auch so mit deinem Vater, deiner Mutter, mit deinen Kindern so sprichst. Ich habe noch nie gehört, dass eine Mutter deinem Kind sagt, Teresa, könntest du mir noch Brot holen und sei so lieb? Und das ist nur das eigene Kind oder Vater oder Mutter. Aber Gott ist viel mehr. … ... ... Vielen Dank.